einen wunderschönen guten abend meine damen und herren und willkommen zu unserem ersten let's diskutieren ja ich hoffe es passt alles ich habe ein bisschen natürlich atmosphärisch wunderschöne ashes of creation musik eingepackt ja ja ich freue mich drauf wer gerne verfolgt wir haben ja schon oder ich spreche immer in wir form als keine ahnung ich mach es ja allein aber habt ihr schon schon öfters gestreamt unsere ashes talks ja die übrigens jetzt auch wieder kommt in nächste zeit und januar ist geplant ja und zwar mit unseren wunderschönen phoenix boden ja da ist die die phoenix boden sind ja zwei sondern natürlich auch kennen und die machen auch schön es content ja im deutschen raum zuerst möchte ich mich mal bedanken für quer zu jura war der danni dem ski ja und natürlich vor 20 vor 20 also erstmal für die follows vielen vielen dank und willkommen zu ja so gerne gaming und ashes of creation und vor 20 vielen dank für da ein wunderschön ja sap hula christlich ja es ist ein neues format von gerne ja für euch für uns alle ja weil ich war genauso wie ihr auf ashes of creation und das mmo rpg der zukunft sage ich immer so schön warum ja weil es kommt ja nur noch scheiße raus aber durch mal ein bisschen verschieben hier dass man es besser sieht oder durch hierher ja genau ich tue es einfach mal hierher und dankeschön gromgor was gromgor eisbad das ist das klingt ja zwergisch ja das heutige thema ihr seht und recht diese features brauchen wir nicht ja features die in mmo in vielen mmos verteilt sind features die uns ärgern ja oder vielleicht auch ja uns gut kommen ja also wie gesagt ich habe ein paar rausgeschrieben ihr könnt auch gerne sagen also ihr könnt auch gerne mal ins chat schreiben boah du pass auf das feature brauche ich in dem mmo überhaupt nicht das hat mich genervt ja oder dieser content eben ja das brauche ich nicht das will ich nicht und das will ich in ashes of creation auch nicht sehen ja wer ashes of creation aktiv verfolgt eben der weiß was alles auf uns zukommt ja wir haben jetzt endlich dieses jahr kommt die alpha alpha 2 2024 ja im quartal 3 auf uns zu ja und wie lange warten wir schon drauf ich seit 2017 es gibt ja welche die sind sogar noch vor meine grüße wolkenflug grüß dich ist einfach so du bist ein spendabler ja freue mich schon so drauf ja wir freuen uns alle drauf ja denn mir geht es wahrscheinlich so viel wie viele von euch ist halt einfach gesättigt von mmos ja ich bin gilt muss zwei fällen ich bin die elter scrolls online fan ja aber irgendwann war da mal so die luft raus ja weil halt viele features gefehlt haben na ich sag's euch ganz ehrlich ich habe in arc age das schiffsystem geliebt oder dass das farming system das war gut ja das hatte ich aber dann wieder in elter scrolls online nicht so na dafür habe ich zum beispiel das pvp in gilt muss 2 geliebt oder die events das hatte ich dann in einem anderen mo auch nicht so und deswegen es ist auf creation du verbindest so viel sachen in einem aber ich glaube die musik ist jetzt ein bisschen muss ich mal die wechselt so ich mache einfach mal auf stufe 1 also ich höre sie ja auch und das deswegen denke ich sind so viele leute auch begeistert von ashes of creation nicht nur wegen des sein welchen wegen dieser auswahl einfach was kommen ja egal an will engine 5 hin oder her da kommen jetzt viele games die in der annual engine 5 ja auf uns zukommen ja auch im mmo bereich aber es ist halt einfach ich denke mal einerseits die liebe was hinter ashes of creation steht ja was als team uns entweder vorgaukelt ja oder wirklich so viel liebe und engagement da reinsteckt oder ja könnt gerne mal reinschreiben was euch so war was was fasziniert euch so in ashes of creation auch wenn es heute nicht das thema ist ja ich denke mal so das stream wird so wenn es hinkommt eineinhalb stunden jago grüß dich kendra grüß dich ich muss ja natürlich auch mal begrüßen wenn ich einen vergesst dann verzeiht mir wirklich wolkenflug auch du seist gegrüßt wenn ich dich noch nicht begrüßt habe ivari natürlich auch und der eisern ist die gemerkt natürlich auch einen wunderschönen guten abend wie gesagt das heutige thema ist diese features brauchen wir dich und ich würde auch gleich damit anfangen und bitte 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 ich brauche eure meinung dazu was haltet ihr von dem feature weil das kann zum beispiel ein feature kann mich stören ja aber euch natürlich zusagen also wie gesagt lasst eure man da heute wird diskutiert dafür ist dieses diese kategorie da und da würde ich gleich mal anfangen mit einem feature das nicht geplant ist reinzukommen aber noch nicht zu 100 prozent fest steht ob es kein kommt der sogenannte dungeon browser wer kennt es nicht in den guten alten world of warcraft zeiten ja sich vor dem dungeon zu versammeln ja und zu warten kotzt natürlich viele an weil ja sagen wir mal ich nehme jetzt immer mal mmos zum vergleich sagen wir mal in elder scrolls online kann ich alles nebenbei machen was ich will du mich einfach schnell in den dungeon browser reinsetzen und warte bis alles gefunden ist den herrn kenn ich doch grüßte ich war schon schlumpfe doch hattest du ja dann bist du doppelt begrüßt sozusagen wolkenflug was haltet ihr von dem dungeon browser also es ist eine bequemlichkeitssache sag ich mal nimmt aber vieles auch ein bisschen weg natürlich muss man auch so sehen dass ja klar am anfang ist es natürlich schön ich sage mal die level 10 der level 10 dungeon ist gut besucht ja weil am anfang alles frisch ist das problem ist ist er im späteren verlauf auch gut besucht wir werden 10.000 frau mannserver haben eben ja da wird schon was los sein auf so einem server aber wir wissen ja wie groß die map auch ist von ashes of creation da ist halt die frage so wird da irgendwann eine flaute sein an dieser level 10 an diesen level 10 dungeon ja wieder immer was sein oder wieder irgendwann einfach tote hose sein deswegen es gab ja damals auch rückruf steine und so weiter nehmen das dungeon browser geht null bin ich nicht so der fan von dungeon browser kenne das auch nur von also loto also lot of the rings online auch ein sehr schönes mmo übrigens früher dass man dann schon vor genau aber wie gesagt es ist halt immer so nioxer grüß dich hi niox sorry ist halt immer so ein problem man sagt halt die loeren dungeons also wenn jetzt wieder neue nachkommen ja viele mmo's kämpfen ja immer damit auch einsteiger freundlich zu sein die bleiben dann stehen die leute ich denke die brauchen viel zu lange für das game ist es fertig ist zwei bis drei jahre noch locker ob sich halb ist beziehungsweise veraltet das weiß man nicht aber was heißt für dich veraltet das ist halt die frage als veraltet für dich dass die grafik dann veraltet ist oder heißt für dich dass alle die ganzen features das alles was ashes of creation bieten wird ob das veraltet ist weil in diesen zwei bis drei jahren können die koreaner noch keine ahnung 20 mmo's raushauen wo vieles nicht mehr drin ist wird da ein gescheites dynamisches wettersystem mit drin sein wird da open dungeons open pvp sonst was drin sein wird ein karawan system mit drin sein ja die leute sagen immer das game ist veraltet ich gebe dir vollkommen recht ich denke auch locker dass es noch minimum zwei jahre dauern wird bis das game kommt aber was ist veraltet für euch ist veraltet für euch die grafik oder ist es das große problem für euch oder ist die ist die dynamik oder 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 allgemein ja das aussehen vom game veraltet die können dann ihren kleinen helfen definitiv voll gegen dann spröse dann eher möglichkeit wie anfangs bei wo ja den kleinen helfen das hilft ja es gibt ja auch ein mentorenprogramm bei ashes of creation also lohnt sich das so oder so na also ich finde es auch immer wieder lustig ich mein klar die leute sind genervt es dauert halt einfach das geben verständlich das game dauert einfach noch ein paar jahre wir kommen jetzt in die alpha 2 die locker die meint die alpha 2 bleibt offen bis release aber trotzdem haben wir noch zwei beta phasen vor uns es wird dauern definitiv aber ich will halt immer wissen was veraltet für euch ist weil es kommen ja jetzt auch da und ich krieg jedes mal hey jetzt kommt das mmo und übrigens jetzt kommt das mmo und bla bla und das sind so kleine mmos die wieder sagen rausgeschissen werden ja viele so ohne ohne richtiges konzept irgendwie so copy based teilweise na und und sich nicht lang halten halt ja also ist meine meinung da ist halt immer die frage ja es wird schon die zeit dauern definitiv also ich sagte dann schon browser ist nicht so eures ja da bin ich so eurem also ich bin zweegspalt muss ich sagen ich meine zur bequemlichkeit auf jeden fall ist ist es schöner und dann schon braucht zusammen also wirklich für die bequemlichkeit um nebenbei noch was machen zu können aber ich sag mal so ja also da kann man kann das gute alle ja für die nostalgie ich meine das sind bestimmt auch meine community youtube sagte immer 30 ja meine community ist 30 die werden ja die alten dinge noch kennen und ja also die kennt ja noch die sind noch nicht so verwöhnt ja wo man sagen kann oder wir bleiben beim alten konzept so zu sagen okay dann bleiben wir beim dungeon browser also viele sind dagegen ja wahrscheinlich werden auch viele dafür sein wo sie sagen das konzept will ich aber meiner meinung nach kann es weg bleiben dann kommen wir mal zum nächsten das kommt jetzt wieder von mir aus gebundene erfolge für mich ist endgame so erfolgs sammeln ja meinberg gilt was zwei kennt geiles erfolgssystem die elderskurs online hat ein geiles erfolgssystem also auch ein sehr gutes erfolgssystem für mich ist endgame so ein bisschen erfolge sammeln und zwar nicht irgendwie sammelt 10.000 holz oder so was new world uns super gezeigt hat auf zahlen würde 10.000 von der fraktion sammelt 10.000 von dem macht 10.000 liegestützen keine ahnung solche erfolge na wir brauchen erfolge mit coolen sachen ja ashes of creation wird ja auch erfolge haben mit richtig geilen rüstungen was man kriegt mit reittieren ja mit vielleicht sogar skins begleiter und so weiter die frage ist gebundene erfolge na ich weiß viele von euch wird es nicht interessieren ich persönlich ja gebunden erfolge die elderskurs online hat man lang dran ja dass sie charakter und damit meine ich wirklich charakter gebunden jetzt na also nur so denke ich mein charakter gebunden ja ich habe einen hauptcharakter damit muss ich alles machen und wenn ich den nächsten charakter macht dann hat er wieder null erfolgspunkte oder so na also mit dem müsste ich noch mal 10.000 holz sammeln noch mal 10.000 und so weiter schreibt gerne mal rein was ihr haltet von erfolgen ich meine viele interessiert es nicht für mich ist es halt so ein endgame ding ob das account weiter wie giltwurst 2 ist das beste beispiel die haben super gemacht da ist alles übergreifend na das heißt ja im pvp im pve ja egal was du magst alles ist übergreifend mit allen charakteren ja also und ihr werdet sicherlich in ashes of creation nicht nur ein charakter machen allein bei dieser klassenauswahl von 64 werdet ihr safe ja auch wenn ihr sagt ich bin nur tank weil ich bin nur tank ihr werdet wahrscheinlich nicht nur ein tank spielen ihr werdet wahrscheinlich dann nach einem anderen sein danach ja giltwurst 2 hat ein super erfolgssystem ja du schon ja du bist halt tag tag aber das kann auch sein dass du mal keine ahnung für ein raid halt wo du sagst ich mein klar die sekundärklasse kann man ändern so ist es ja nicht die primär ist klar denkt dann aber die sekundär kann man immer mal ändern aber es kann immer sein dass war keine ahnung wenn du wie ich sagst du steckst du eine ganze zeit rein und sagen okay ja ich müsste mal aushelfen jetzt als als keine ahnung als heiler oder so vielleicht habe ich mal bock was neues zu probieren oder vielleicht will ich nicht jedes mal sekundärklasse wechseln ich brauche einen tank magier weil meine magie resistenz höher sein muss ja also da kann man ja immer hin und her wechseln ist mein grüß dich ich wollte das system von black desert da ist ein riesen erfolg ist was da gab es ein riesen auge ablegt deshalb bin ich leider komplett raus also blick deshalb habe ich glaube ich mal fünf minuten angezockt viele vergleichen übrigens auch das kampfsystem von ashes mit black desert mittlerweile obwohl es nicht so hektisch ist ich hoffe ihr habt alles schön zu trinken ja dass das dauert ein bisschen heute bei uns ja also wie gesagt erfolgssystem schreibt gern mal rein und also gebunden erfolge ist out braucht man nicht ja ich meine es ist halt auch wieder ist wieder ein ding also ich war bei es gibt es zum beispiel die arena sonne also die malstrom arena die ziemlich schwer ist die du mit einem charakter max da kann man kann man ja sagen so vielleicht sind manche erfolge charakter gebunden obwohl ich da auch kein freund für bill das kampfsystem war nichts für dich ja aber wie gesagt das ist halt immer und jetzt kommt ja throne in liberty glaube ich oder ist es schon raus ich weiß es jetzt gar nicht na und das war ja so das nächste groß gehypte game ja war das nächste mmo und mega pvp mit irgendwelchen riesen und komischerweise jetzt wettersystem wo deine attacken mit rein fließen ja da ist es ja da haben wir auch so kampfsystem so das nächste thema wäre da bin ich jetzt auch mal gespannt bei euch rassen fähigkeiten rassen fähigkeiten wollte ich eigentlich mal ein eigenes video von machen so wie es ausschaut kommen rassen fähigkeiten ziemlich safe das ist jetzt mein thema da möchte ich mit euch darüber sprechen rassen fähigkeiten also wer mmos gezockt hat ja es gibt einen unterschied zwischen rassen fähigkeiten und rassen fähigkeiten ja es gibt einen zwerg der vielleicht besser im bergbau ist und besser in schmieden ist oder es gibt halt einen zwerg der auf einmal fünf stärke mehr hat oder physische resistenz plus ja also rassen fähigkeiten ist für mich ein kritisches thema na es gibt mmo rassen fähigkeiten findest du muss ok da würde ich gerne mal die anderen dazu hören die alpha 2 steht ja nicht unter nda oder nein also die nächsten spot des was kommen für die all wo alpha 1 haben also da wäre ich jetzt wahrscheinlich da auch mit drin sein der steht unter nda die sollten auch irgendwann mal kommen die alpha 2 ist ab release nda frei glauben könnten ja das ist eine riesenbefürchtung auch von mir da gebe ich dir richtig recht das problem ist die leute sehen die alpha und viele checken es nicht deswegen sage ich auch immer wenn ihr euch das paket kauft ich meinte sind ich glaube minimum 250 dollar ist das minimum für kauft euch das paket nicht ja nur weil ihr zocken wollt und spaß haben wollt kauft euch das paket nur wenn ihr entweder content creator seid wenn ihr bock habt ashes of creation zu unterstützen wenn ihr bock habt in der alpha reinzugehen und das game mit zu unterstützen dass es auf auf bugs melden auf irgendwelche displays irgendwie schießt mich dorn ja also dafür ist die alpha da ja ich mein klar habt ihr noch andere vorteile wie in game währung ihr habt noch ein skin paket bla bla und so weiter aber wenn es nur zocken wollt auf ja kennt man sehr gut ja also ich glaube auch dass viele ja ich werde dann auch stream klar alpha 2 und viele werden das game angucken es war ja bei alpha 1 schon alpha 1 wo ich gestreamt habe und so da haben die ja dann auch gesagt ich mache jetzt einfach ich mache jetzt aber bei video durchläufe hier da haben die ja auch gesagt blöd schaut das spiel aus ob ich durfte sachen die heute noch die sagen heute noch es ist auf creation schaut nicht gut aus aber das problem ist halt ich auch schon gar nicht mehr so aus das game na das ist keine anwälte firma das ist anwälte 5 das ist komplett anders da ja auch vom gebiet her die riverlands schauen auch komplett anders da aus ja das ist die leute sehen das aber das ist ja heute das ist ganz normales denken die leute sehen das und denken sie na entweder sagen sie das spiel geht in der richtung was mir nicht gefällt weil mir schon der stil und so nicht fällt und andere sagen sich das spiel hat ja gar nicht zu bieten na also das wird ein riesen problem sein dass sie alpha 2 so früh schon streambar ist da gebe ich dir voll recht und dadurch schon schlecht geht ja schlecht und apropos schlechter reden was wir denn heutzutage nicht schlecht geredet na deswegen habe ich ja dieses dieses format hier das jetzt diskutieren weil wir deutschen ja wir deutschen wir diskutieren und das wird sicherlich schlecht geredet rassenfähigkeit ein muss rassenfähigkeiten sind leider immer einen gewissen nachteil gewisse richtung gedrängt beziehungsweise zwerg genau ja okay also ich will die möglichkeit haben die perfekten sets auf denkt zu nutzen beziehungsweise das ist auch anders ja aber die frage ist wenn du jetzt sagst du willst genau das ist ja das problem wenn du sagst du willst jetzt ein tank werden so und jetzt musst du auf einmal eine rasse spielen die die überhaupt nicht gefällt null gar nicht und die hat genau 500 leben mehr die hat drei drei stats auf ausdauer schießmethode ja und genau die musst du spielen um den perfekten tank zu haben findest du dann rassenfähigkeiten geil oder sagst du wirklich rassenfähigkeiten können rein wenn sie mich jetzt zum beispiel im handwerk etwas schneller vorangehen lassen oder ich kann in dem schneegebiet als zwerg schneller laufen als als ein waldelf zum beispiel oder ich kann keine ahnung ich kann als waldelfen baum schneller fällen als ein zwerg das ist die frage sollen sie sich auf das allgemeine verbreiten oder sagt man es sind die rassenfähigkeiten soll wirklich auf die stats gehen dass man sagt ich muss die und die rasse nehmen um den perfekt also wirklich wir reden jetzt von meter geben also um den perfekten tank zu machen also die perfekten stets und bringt das ja auch alles geht zu beweisen dass es auch anders geht ja das stimme ich dir zu ja ist bei mir so genau so ist zum beispiel so ist ein krasses beispiel dann eh so ich bin stamina spieler ich bin halt einfach nachkämpfer mit am besten schock oder so und da bin ich halt am besten dran mit einem org zum beispiel ich bin gebunden weil der hat halt mega auf ausdauer und so weiter geht finde ich nicht geil ich meine org geht jetzt noch na ich bin eher so kaschitz spieler aber ja musste sein also ich definitiv bin raus ich mag keine rassenfähigkeit ich denke sie werden kommen ziemlich safe gibt ja auch notbezogene rassen vorzüge aber ja ich sag dann wie schlecht sie sind weil sie auch anders sind ja es kann ja sein kann ja sein also vor allem in dem spiel wo open pvp mit drin ist und dazu kommen auch noch gleich ja oben pvp grüß dich danke für ein follow ich habe es vorhin gesehen ja ich habe mich schon ich habe mich schon bedankt aber jetzt bist du anscheinend da genau es kommt immer es kommt immer wie weit sie gehen genau darauf kommt es an deswegen sage ich ja ein waldelf kann mein wegen schneller holz fällen ja ein zwerg kann meine schnell meinetwegen schneller ja ein dünya kann schneller also erze abbauen und nikya kann schneller fischen oder so oder oder tut sich leichter beim fischen aber bitte baut nicht so was ein wie der hat mehr geschick der hat mehr leben der hat mehr mana oder der hat mehr rüstungsklasse oder so ein scheiß auch mal nicht wollen wir nicht aber ja es wird wahrscheinlich kommen wir haben und übrigens ein geburtstagskind ich weiß nicht ob er da ist er hat mir unter mein video geschrieben es wäre schön wenn du dich mal meldest wenn du da bist mein lieber ja es gibt nichts besseres wie anderen geburtstag gerne anzuschauen melde dich also kann sich ruhig melden wenn du da bist ja ich hoffe du bist da ach du bist es okay da ich habe gesagt ich erhebe mein glas hat auf dich leider ich muss morgen arbeiten deswegen gibt es heute nur wasser ich wünsche alles alles gute zu geburtstag ja viel gesundheit viel glück ja und hoffe dass dein herz es aushält dass wir doch ewig auf es ist auf creation warten müssen happy birthday und lass dich feiern ja brost wasser mit sprudel perfekt denken wird es vermutlich nicht geben da du ja mit dem tank acht möglichkeiten hast im perfekten denkt wird es auch nicht geben es ist auf creation ist halt einfach auf gruppen play aus das hat er damals gesagt also solo play ist ähnlich so den perfekten tank wird sich geben ja für den für den einen danschen oder red brauchst du mehr magie resistenz da gehst du auf tank magier für den anderen brauchst du die komplette physische macht ja da magst du tank tank also wie gesagt das perfekte wird es nicht geben aber das problem ist ihr müsst ihr mal sehen ihr müsst ihr mal sehen was alles mit rein spielt na ihr seht ja gerade im baum sogar na was für ein zufall ihr habt die klasse also den klassenbaum der mit reingeht ja die sekundär ja was was halt dann ändert eure attacken und so ihr habt ja extra waffenbäume ihr habt ja völlige freiheit das heißt ihr könnt als als ranger könnt ihr leichter rüstung tragen mittlere schwere rüstung ihr könnt als ranger an boden tragen ihr könnt die außen die waffenauswahl ist ja auch abnorm wir haben ja mega viel waffen in den geben du kannst mit einem schwert und so weiter und so weiter und so weiter tragen ja also das kommt ja noch alles mit dazu und dann noch die rassen also die rassen und es wäre wahrscheinlich passive hauptsächlich sein oder 12 aktive fähigkeiten aber ja ja so lange dauert es zum glück nicht mehr zur alpha 2 ja immer positiv denken hast recht also rassen fähigkeiten wie gesagt schließen wir das thema ab morgen nicht habe noch nie gemocht ich persönlich wie gesagt das video hier wird ja irgendwann auch auf youtube kommen wird gerne mal in die kommentare so dann hätten wir thema pay to win pay to win brauchen wir nicht diese features brauchen wir nicht ist heute das thema brauchen wir nicht ja ich hoffe dass es nicht übertreiben ja allein schon mit dem load system und so weiter haben sie es übertrieben ja also irgendwann muss das spiel wirklich mal fertig werden pay to win braucht man nicht mag keiner will keiner kann ich mir auch nicht vorstellen dass ashes of creation das wird ich meine steam hat es ja schon beschädigt es wird nicht so wir haben ein abo spiel ich erwähne ich erwähne es lieber noch mal das spiel selber wird nichts kosten also ihr habt keinen kaufpreis das heißt ihr müsst keine 40 50 60 euro hinblechen um das spiel zu haben ihr könnt euch das spiel holen wenn ihr das spiel holt dann müsst ihr um es aktiv zu spielen ein abo gebühr eine abgebühr zahlen was ich persönlich übrigens als beste ja was sagt man es als beste bezahlfunktion finde das ganze auch werde scheiß wasser als beste bezahlfunktion ich zahl gern meine 13 euro im monat ich mein kleines ärgerlich wenn du dann mal einen urlaub fährst und so weiter das läuft weiter ich zahl aber gerne 13 euro für ein spiel ist dann immer aktiv gehalten wird die ich habe keine anderen kosten das heißt ich habe keine gegenstände die mir irgendwie plus drei stärke plus zwei geschicklichkeit oder sonstwas geben das heißt es wird auch ein shop reinkommen dieser shop wird nur oder soll nur kosmetik enthalten ja kosmetik sie keine stärkungen geben meinetwegen halt wenn sie meinen dann dass du schon zehn charaktere hast obwohl bei einem abo finde ich es blöd dass du der elfte charakterplatz halt auch mal kostet ist okay ja meinetwegen auch irgendwelche skins fürs housing und so weiter aber es wird kein pay to win reinkommen es soll kein pay to win kommen und ich finde für den spiel da du eh abo zahlst im monat ja und den shop hat wo du reinpayen kannst kannst soll der auch kein pay to win reinkommen ja ja abo ist für mich auch das beste für mich das beste system also habe ich schon immer gemocht kommt wahrscheinlich jetzt auch wieder in ding also packs day oder wie das heißt wird er glaube ich auch ein abo haben das kommt langsam wieder im mode ja diese abo spiele die leute wissen langsam oder die entwickler wissen dass die leute wie der pay to win wollen ich wollte schon mal mit rein nehmen weil na diese features brauchen wir nicht ist einfach so so jetzt kommen wir mal zu was immer denn ich habe gar nicht so viele themen ihr könnt gerne auch mal reinschreiben wenn ihr wenn ihr ding habt kommen wir mal zu tägliche belohnungen tägliche belohnungen ich sag es noch mal tägliche belohnungen am besten tägliche ein lockt belohnungen meine damen und herren ja da könnte ich schon wieder der sandy max sandy max auf dem schlip treten tägliche belohnungen dafür dass du dich ein dass du dich ein lockt ja und dann was bekommst so da gibt es auch wieder unterschiede bei diesen täglichen belohnungen na viele haben dann diesen innerlichen drang ja wo dann sagen oh ich muss jeden da weil ich brauche das man siehe die elder scrolls online da gibt es ab den 23 oder 24 tag gibt es ein kostenloses reittier das problem ist aber nicht so wie bei giltwurst 2 da ist es wurscht weil das ist das fährt immer einen strang da kommt nichts neues dazu das bleibt immer das gleiche also du kriegst immer ab den ersten tag wenn du dich einloggst und so weiter kriegst du immer keine ahnung fünf gold oder handwerksmaterial und so weiter ja aber bei elders scrolls ist es so wenn du sagen wir mal am 20 tag gibt es das reittier du hast dich aber elf tage nicht eingeloggt ja dann ist es weg dann kannst du es nicht mehr holen da hast du eine sache die eigentlich einmalig ist weg tägliche belohnungen zwingen leute dazu und zu kommen ja was natürlich ein super ding ist für für spieleentwickler aber ich mag tägliche belohnungen 0,0 kann man weglassen braucht man nicht wirklich für monatliche belohnung weil du zahlst ja auch für wohnen also irgendwann also also du meinst jetzt nicht so ein lockt belohnungen du meinst jetzt dass du jeden monat was kriegst sowas danni den ski vielen dank für deinen prime aber du bist nun ewig vielen vielen dank mein nächster urlaub geht auf dich wo ich immer mal noch norwegen ich brauche auch keine dringende ein blog du kennst es ja gut genug daher in das kurz online na ja also braucht man nicht braucht brauche ich ehrlich gesagt auch nicht habe ich nie gebraucht kommt nach norwegen perfekt wird aber biwacken also wir schlafen draußen fear of missing out lässt die kasse klingeln oder marco grüß gott herr marco ja ja naja also wie gesagt das sind so sachen die braucht man ich kann weglassen wollen man nicht also das ist aber das ist so eine masche von denen ja dass man das hat ja fast jedes mmo tägliche belohnung aber wie gesagt es gibt zwei systeme gilt muss zwei meiner meinung nach hat es total fair ja da ist es scheißegal wie du dich ein lox und da geht es auch weiter wenn du sagst du was jetzt dem oder firma eingeloggt jetzt gehe ich aber nächsten monat gehe ich logisch wieder ein und dann geht es bei fünf weiter und nicht irgendwie ort statt wieder bei null na also na alles klar marco wie geht es hier fühlt sich immer genau fühlt sich mal wie zwang ein ja und das problem ist das bittere ist halt wenn dazu zeug ist wie emotes wie reittiere wie also skins allgemein und du sagst jetzt mal so weiß deine frau kommt er und sagt du schatzi ich habe jetzt mal bock auf zwei wochen urlaub ich so scheiße in die in zwei wochen da kommt der skin hat den ich jetzt gerne hätte ist er weg wem bist du jetzt sauer den spieleentwickler oder deiner frau na also es ist immer so ein ding na also da muss man immer aufpassen aber denke ich belohnung hin oder her ja könnte weg bleiben dann hätten wir das nächste große thema okay ich muss sagen diese features brauchen wir nicht natürlich das ist jetzt ein offenes thema ich persönlich brauchst dieses feature andere oder beziehungsweise viele aus meiner community haben schon gesagt erstens ich spiele spiel nicht weil es das hat zweitens wäre mir lieber wenn sie es nicht hätten ich rede hier vom augen pvp das ist der größte faktor von ashes of creation warum das viele nicht spielen werden das spiel es ist offen pvp mögen viele nicht weil keine ahnung 80 prozent der mmo spieler sind halt einfach pv spieler ja zehn prozent sind pvx oder da machen wir 60 prozent pv 20 prozent pvx weil sie sagen hey ich bin beides ja ich komme damit klar dass ich mal abgefahren wäre oder nicht und der rest ist halt dann einfach ja pure pvp spieler was sagt ihr zum open pvp schreibt gerne mal ein stört euch ist es euch egal wie oder sagt ihr ich mag eigentlich open pvp nicht aber das system was ashes of creation hat ist vollkommen okay ja muss man halt aussehen das ist ja auch nur spezielles system na also das ist ja nicht so dass der pvp der einem pvp auf dem kopf haut einfach stehen bleibt der kriegt eine richtig dicke strafe ja also das geht zum an und ausstellen aber das ist nicht so wie in anderen mmos dass du erst in die stadt oder so rein muss und dann das anstellen du kannst es wirklich immer an und ausstellen also das heißt vor mir ist der pflanzenpflücker also da steht der typ der halt die pflanze gerade weg macht er ist pv er ja der will seine ruhe hinter hinten dran kommt einer ich will auch die pflanze er könnte pvp an machen dann gibt es auf dem sack na ist ein grund warum so halb auf er steht bist du habe ich auch noch nicht können ja gut folgt mich echt lustige ja genau ja weil du sagst es man hat auch viel klar man kriegt oft auf den sack aber man hat auch ja es ist so ein zwiespalt weil du musst ja auch so rechnen dass du immer ein bisschen switchen musst also man muss ja auch sagen dass es auf creation so schnell switch rein tut also dass deine ausrüstung oder so schnell und deine fähigkeiten gewechselt wird also sowie wie sagt man das in fertigkeiten schrank ja garderobe oder so das heißt man muss auch man muss ja oft wechseln zwischen ok so spiele ich in pv so spiele ich in pvp ich habe auch diverse vier was stellige spielzeit bei sie auf sie zum beispiel dass sie auch komplett pvp ja sie auf sie ist ja da habe ich auch schon ja da wurde ich auch versenkt ja wieder das korruptionssystem geben und es wird dann wirklich hart bestraft wird diese an und ausstellung für dich naja nicht so ich denke jeder gemein gewissen einstellungen spielt also sagst du so eher es wäre schon schöner wenn man das open pvp in der stadt an und ausstellen kann dass man wirklich ab da erst dass man ab da erst pvp ist oder sagst du so also du willst nicht dass der auf einmal hinter mir von pvp auf pvp klicken kann so ich mag pvp und bin echt gespannt open pvp ja ja hat halt auch nicht jedes mmo viele haben es ja gebiet gebunden gemacht dass ich gesagt haben manche gebiete sind pvp waren sie nicht finde ich auch nicht schlecht ja gut aber karawanen ist ja wieder was anderes karawanen sind die haben den umkreis um sich also kann sich vorstellen dass da ist die karawane und da ist ein umkreis der dich pvp macht promotion of your channel ja genau da muss ich leider enttäuschen mein guter ich brauche keine promotion vielen dank management ja ich habe doch pendels und alles ja bitte raus aus meinem check danke da gehe ich nicht hin also leute wissen bescheid da könnt ihr gehen da wenn ein bisschen erfolg wollte ja und dort bei der karawane das ist ja andere ist also ein bisschen gezwungen pvp zu machen weil weil der radios außenrum die einfach pvp macht wenn du in die nähe kommst und das event statt ist der karawane na also würde das auch so funktionieren oben pvp ist halt wirklich so eine sache wo man sagt ja ich habe jetzt bock richtig stress zu machen auch im dungeon und so weiter ja genau die haben eine pvp zone oben pvp sollte man in der stadt und aufstellen genau damit jeder einfach an mir vorbeigeht er genau also wie gesagt es ist zwiegspalten viele sagen sich ja ich mag oben pvp wäre aber schön wenn das in der stadt an und aus machbar wer andere sagen sich ich mag oben pvp überhaupt nicht also ich habe schon kommentare gelesen die haben sagt nö ganz vergessen na ich spiele spielen weder dem ja ich möchte darauf auch noch sagen sie hat immer gesagt ashes of creation ist nicht wie jeden was ja also ist der größte knackpunkt warum viele das spiel auch nicht spielen werden das muss man dazu sagen das ist ein heitles heitles thema aber es gibt auch begeisterten also viele freuen sich ja und wenn wir gleich beim open pvp sind und gehen wir gleich mal zu allianzen in jedem fast also in vielen mmos ja also wir sind immer noch bei dieser features brauchen bin ich und das ist so eine spiele verdammt viel im pvp bereich natürlich also wie gesagt du hast im pvp und im roleplay ja roleplay geht ja viel unter in manchen mmos ja und das heißt ja mmo rpg ja das heißt eine taverne es heißt eine dann die mini spiele mit karten spiele poker spiele keine ahnung sei es heiraten und was ist noch gegenstände die fürs roleplay ja das ist halt ja es hat einfach verdammt viel ja das hat mir einfach fehlt was bringt das wenn man gegen spieler kämpfen ja ja die lassen loot fallen xp also was das kommt darauf an es ist ein unterschied also wenn du jetzt zum beispiel pvp gefleckt bist also du sagst du rennst als pvp herum dann hast du schon mal den vorteil du hast zum beispiel weniger verlust wenn du stirbst na man kriegt einen ep verlust zum beispiel ja und es will ja dass die leute auch ein bisschen pvp rumlaufen deswegen hast du zum beispiel weniger verlust wenn du stirbst egal ob vom spieler oder eben von irgendwelchen npcs bossen oder sonstwas die lassen loot fallen ja was gibt es noch klar xp und so weiter lauter zeug und natürlich wenn dir jemand versucht das erz vor der nase weg zu klauen kannst du natürlich entgegen und natürlich der spaß des oben pvp aber wenn ich mich ja nicht im pvp fleck kann mich ja auch keiner angreifen aber wenn ich mich ja nicht pvp fleck pvp doch du kannst angegriffen als pvp es ist ja das was das ist ja das was die leute so er kann dich gezielt angreifen also es wird nicht so sein dass wenn jetzt pvp und pvp in der in der gruppe und du hast eine aoe rein heißt es nicht dass du zu sofort dass du sofort sagst mir dass du sofort korrupt bist aber du kannst gezielt pvp angreifen es wird gezielt sein und dann wenn du als pvp wenn du als wenn du als pvp gefleckt bist und greifst gezielt neben pvp an bist du korrupt und dann bist du sichtbar auf der map für für kopfgeldjäger du bist du hast verringerte stats du hast vor kompletten verlust deiner ausrüstung ja wenn du stirbst also wie gesagt die leute werden sich mehrfach überlegen wirklich pvp anzugreifen wenn du natürlich pvp gefleckt ist und kielst einen anderen pvp ja dann ist klar dann ist dann bist du nicht korrupt du kannst immer und überall angegriffen werden ja ich glaube in städten nicht weil ich sonst die wachen zusammenhauen aber definitiv draußen und es auch hat es mit 80 prozent offene dungeons und rates geben da kann es auch passieren aber leute es ist alle ball flach steven hat selber gesagt dass open pvp wird in der alpha 2 hart getestet auch das korruptionssystem das wird alles in der alpha 2 hart getestet und es kann sogar sein dass die korruption also die strafe für die leute die pvler killen noch härter wird na und man muss halt auch rechnen mehr pvr also mehr xp verlust für die leute stats also die werden allgemein dann schwächer wenn sie korrupt sind also die werden nicht so stark sein und kompletter inventar verlust und ausrüstungsverlust was die an haben das müsste halt auch dazu sehen das überlegen die sich zweimal natürlich macht das sehen doch du kannst du dir der andere wird dann nur korrupt und somit für jeden zum ziel ja und er ist überall sichtbar auf der karte muss man auch so sehen da also das heißt und es wird ja kopf gelder ergeben also das gibt ja auch verschiedene notes zum beispiel wirtschaftsnot wirtschaftsnot wissenschaftliche und die militär note und da gibt es auch so kopfgeld dafür und die griechner fette beute zum beispiel für so ein also ich weiß gar nicht ob das so verbreitet sein wird dass jemand korrupt ist na ich denke mal so im endgame haben immer sagt so ja okay jetzt und er kann ja auch nirgendwo hinfliehen weil ich glaube nur sein freehold ist der einzigste fluchtort ansonsten kann ich weiß ich weiß jetzt nicht ich habe irgendwie im kopf dass er auch nicht mehr in städte kann ich will jetzt nicht zu laut sagen aber ich glaube der kann auch nicht mehr in städte also der ist richtig muy bien oder natürlich das ist mein erster mmo das haut mega lang gemacht ultima ultima online ok nicht nach einem feierabend spiel für nebenbei das ist ein feierabend spiel für nebenbei es ist es kommt darauf an was du erreichen willst also ich muss ehrlich sagen mit unserer gilde ich grüße euch meine lieben feierabend gilde ob wir in den note haben werden glaube ich nicht kann ich nicht sagen ob wir in den note halten können weiß ich nicht aber wir werden alles an pve mitnehmen alles an pvp das ist für für nebenbei ja auslocken war auch schon mal die frage ich weiß ob seine auslock sperre gibt oder so weiter aber ist ja eigentlich scheißegal selbst wenn sie auslocken ja bleibt die korruption weiter bestehen also das ist nicht so dass sie auslocken und die korruption ist weg na die können klar auslocken aber die korruption bleibt das heißt ja und ich kann ich kann mir nicht vorstellen dass du dass wenn da jemand auf dich zu gerannt kommt und du drückst auf auslocken dass du komplett jetzt sofort ausgelockt bist du wirst deine zeit haben na so zehn sekunden 20 sekunden bist du ausgelockt bist na dass du eben nicht sofort weg bist ich bin gar nicht hinterher da ist ein kopfgeleger das ist da haben wir schon ein kopfgeleger denke da wird doch einiges geändert definitiv neox ein paar internet ramos wird es bestätigt wird es immer geben immer immer geht zwar aber selbst nach dem einloggen bleibt das er genau ist es soll ein auslocktag es soll eingeben okay das habt ihr noch mal ich gewusst so mein wissensstand war dass es ein korrupter spieler zwei oder drei minuten noch sichtbar im game steht okay er ist ganz also wie gesagt die werden sich das sicherlich was einfallen lassen ja das kann nicht sein dass du irgendwie pvp pvler killst und dann sagst du okay ich log aus und keine ahnung mit dem anderen charakter und wenn der wieder die korruption weg ist das kannst vergessen korruption geht über tod weg ach ja genau geht über tod weg also öfter sterben übrigens da nicht nur mit einem tod oder durch religiöse quest zum beispiel aber machen wir machen mal solche quest werden du halt gut bist kommt doch ein paket oder ist es letzte das letzte geht bis zum 17 ersten solltest du dir überlegen ein paket zu holen ja und heute lust bekommen dann kannst du das gerne über meinen link unten in der beschreibung machen und so unterstützt du mich ja klingt wie so eine billige werbung jetzt unterstütze mich und es geht verdammt schnell ja viel spaß wir sehen uns in der alpha 2 und wie wird man dann nicht mehr korrupt ja eben sterben 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 oder mit xp verlust oder eben religiöse quest sollen es auch machen beziehungsweise jetzt muss ich aber überlegen ich glaube wenn du einer militärnot angehörst ist die soll die korruption etwas geschwächt sein also nicht so krass hart also weiß man hauptsächlich wo die korrupten spieler herkommen und lassen live unten ab oder da hat er ja schon da gelassen na oben nichts mehr zu verpassen also wie gesagt oben pvp und das abzuschließen oben pvp ist der faktor wo viele sagen die haben das gelesen und sagen nö ich bin raus die ganz wahrscheinlich trotzdem spielen ja weil es wirklich oben pvp der eine grund warum ich nicht meine eigene taverne haben kann ist oben pvp der grund warum ich nicht mit meiner gilde spaß haben in den dungeon kann ja ich habe trotzdem eine coole story die man spielt ja 20 prozent sind halt auch instanziert dungeons und so weiter wird wahrscheinlich hauptsächlich story dinge sein und können zeiten grupp werden wenn wenige spieler und sind da macht die quest und ich bin fein aus aber machen ja aber die frage ist halt wie wird sich es entwickeln wir werden 10.000 leute auf dem server haben die frage ist halt die server werden natürlich irgendwann mal auch wieder runterfahren damit wer da wird dann wird es dann wiederum dann übergreifen gemacht dass man sagt man man greift andere server mit rein und so dass sie wieder voller sind na die 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 server selber und so weiter das wird alles noch kommen also wie gesagt wir müssen die alpha 2 ich halte euch natürlich auf dem laufenden auch mit open open pvp halte ich auf dem laufenden dass wir es wird noch getestet das wird richtig hart getestet account normal 10.000 accounts ja das wäre es aber jeder das ist ja ich würde gerne wissen wie viele charaktere man machen kann also was heißt accounts 10.000 doch ja eigentlich accounts es können 10.000 spieler aktiv auf einem server sein und da du ja hauptsächlich mit einem charakter aktiv und sein kannst dann eben accounts halten also du hast ja natürlich dreimal ashes of creation kohle und kannst mit drei pc spielen dann hast du natürlich drei auf dem ding da oben pvp ist durch was fällt euch noch wir waren bei allianzen ja jetzt haben wir wieder so rumgerät allianzen eben herz parkt alt mary dominion oder bäuchsturz allianz oder horde ja bündnis oder maradeure oder syndicate brauchen wir noch allianzen dieses typische gut gegen böse geht gut ja der hat mir keine ahnung der hat mir meine frau geklaut die allianz greife ich an allianzen haben wir in ashes of creation nicht gott sei dank ja wir haben unsere verschiedenen rassen ja wir haben natürlich rassen die uns hassen ja rassen die uns hassen sowie die minotauren und so weil die ja damals versklavt worden sind oder unterdrückt worden sind von unseren großen rassen wir haben aber keine allianzen mehr das heißt klar da was sind hauptsächlich die allianzen und zwar die verschiedenen gilden ja man kann ja auch doch man kann allianzen gründen ja es klingt jetzt falsch aber man kann allianzen gründen aber das ist ein bündnis aus mehreren gilden ja weil das gildensystem ist ja auch wieder wunderschön das ist ja auch so ein ding gildensystem ist auch so was von überdacht na warum spielt man denn hauptsächlich oder warum spielt man so gern mmos ja weil weil man seine community geil findet ja weil man mit seinen leuten zusammenspielen will ja weil man das organisiert angehen will man zieren world new world hat uns gezeigt wie ein gildensystem nicht geht das absolut schlechteste gildensystem was ich gesehen habe da hat ich glaube selbst herr der ringer online hat ein besseres das war grottig grottig wir wollen was zusammen machen gilt muss zwei wir wollen gilden mission machen wir wollen die gildenhalle ja in ashes of creation gibt schutzgilden ja wir können uns als schutzgilde mit eigenem gebäude in einer in einer not von der anderen ding von der anderen allianz anderen gilde reintun ja ich kann sagen hey pass auf da gibt es da ist so eine schöne zwergengilde im anmarsch hier jetzt habe ich leider den namen vergessen wenn du da bist kannst du gerne werbung machen ja kann ich sagen hey pass auf ich mag euch ihr seid cool kann ich für eure not oder kann unsere gilde für eure noten die schutzgilde sein so können wir mithelfen in burgbelagerung na ich meine sind eisenfaust genau plan eisenfaust habt ihr gewusst wir haben wir es werden belagerungs kriege 500 versus 500 kommen ja eine gilde kann maximal 350 leute beinhalten ja und dann und dann kommt es wieder darauf an ja das gildensystem ist ja so durchdacht weil sieben sagt sich ja jetzt kommt da diese ganze massen gilde mit 350 leuten aber die mit 50 leuten haben überhaupt keine chance so jetzt hat jetzt hat sich sieben natürlich gedacht ja weil er halt so ein geiler saft millionär ist ja ihr geht auf masse dafür habt ihr weniger fertigkeitspunkte es wird gilden fertigkeitspunkte geben ja sozusagen älter ein extras hilfssystem für gilden das heißt mit 50 ich habe eine gilde von 50 leuten sage ich jetzt mal habe ich so viel gilden fertigkeitspunkte ja ist noch nicht bekannt was sie machen aber wird sicherlich ausschlag mit ausschlaggebend sein dass ich sozusagen mit qualität statt quantität g sozusagen und einer 350 mann gilde ziemlich gleich kommt na sagt man jetzt mal so da meistens ist ja masse na ich meine wenn da 350 leute ihr auch ist irgendwo in den fleck reinwerfen ist es natürlich was anderes da wird sie gilden fähigkeiten auch nicht aber trotzdem ja das das habe ich mir auch gedacht am schluss der aber kann ja im endeffekt ist der belagerungskrieg so dass du am schluss jahr diese kammer hast mit diesen artefakt oder was es ist und wer das dann hauptsächlich erobert also man kann sagen hey pass auf ich helfe dir man kann übrigens auch spione in gilden einbringen ja da wird es auch irgendwie so system geben das ist geil ich sage jetzt einfach ich helfe dir ja und bin die schutzgilde oder die hilfsgilde und klaut zum schluss die not ich kann einfach von der nase wegklauen wie dreist aber wie geil das wäre da wird sicherlich noch schöne shorts oder sonst irgendwas geben von irgendwelchen leuten also allianzen ist ein überthema sage ich persönlich diese feature also dieses feature brauche ich nicht ich bin gesätigt ich brauche keine drei allianzen drei packte drei gut gegen böse keine ahnung mehr wir haben die offenen gilden wir kommen nach werra zurück und ja wir haben mit der verderbnis zu kämpfen und so weiter wir kommen im endeffekt alle frisch auf eine neue welt und haben ja und haben das gleiche ziel ja und zwar die verderbnis zu töten ja die welt post zu erledigen und so weiter so was habe ich denn noch ich bin eigentlich schon fast durch wenn ich sie gründen wo sind die grinder unter euch würde ich gerne mal wissen die frage ist halt immer rein also ich rede jetzt hier von masse das wäre so das letzte letzte thema also da muss ich leider auch wieder auf new world zurück das ist ein thema hat ich gehe mal aufs handwerk ein handwerk ist ja meistens für mich so eine sache copy paste in den nächsten mmo welches mmo hat ein richtig geiles handwerksystem außer jetzt fällt mir ein herr der ringe online fand ich ganz cool wir haben mit diesen kombinationen aber das war im endeffekt auch auf viel auf masse und runescape runescape hat ein gutes handwerksystem gehabt der rest in den meisten mmos wird handwerkssystem gar nicht gebraucht ja nur um vielleicht jetzt mal auf das eine stufe höher zu tun dass es besser ist ja oder ja also wo wir das handwerk viel gebraucht so dann ist die frage gründen new world hat uns gezeigt dass die masse ja die masse bringt ja die masse also du stellst herstellt du stellst keine ahnung du sammelst rohstoffe für 100 eisenschwerter um das nächste beste zu können ist die frage ist es geil weil die eisenschwerter die du dann keine ahnung das tust du fünf eisen rein kriegst aber nur zwei eisen raus oder so also mein handwerkssystem ist eh überdacht in ashes of creation ja da braucht man nicht überreden ist schon mega aber gründen ja muss ich die ganze zeit die gleichen bosse muss ich die ganze zeit die gleichen gegner töten um voranzukommen grindet grindet ihr gern das ist so eine sache oder muss ich die ganze zeit den gleichen gang laufen also ihr ware grindet gern ja hast du ein ultimo online gelernt okay alles gute gute alte ultimo online ich hab's aber nie gespielt rein bringt halt nur spielsport ja finde ich auch also gründen ist halt so ich sage mal es kommt es kommt immer auf die auf die ding an auf die auf die masse wie viel du gründen muss ich mein allein seht allein world of warcraft ruf form ich fand es ätzend den ruf zu fahren irgendwann haben sie sich gedacht ja wir tun mal neue rassen mit rein dafür musst du halt ruf haben war ja so ätzend nur das schlimme ist dann wenn du dann noch so warten musste auf nächsten dach dass du dann den und den erfolg dann holt kannst also nicht alles an einen dach machen du hast du was verpasst gerne uo war echt nice das das war und die meist ist noch älter als wo oder also ich habe schon echt viele mmos gezockt aber das ist ja aus new world max handwerker ok maximal ja aber wie fandst du das handwerkssystem in also ist ja er kann glaube 1998 oder noch früher da muss ich später mal ein video darüber gucken oder ich habe schon man wieder drüber über alle alle mmos ja das ist immer so eine sache ja das ist breiten wie gesagt ist ein ding ihr könnt auch gerne mal reinschreiben welches feature ja was was würde euch stören was in ashes of creation reinkommen würde dann können wir gerne darüber reden was würde euch was mögt ihr nicht an was was für ein feature mögt ihr nicht an dem mmo da würde mir auch noch so einfallen die abhängigkeit und zwar ja das können wir noch mit reinnehmen die abhängigkeit bin ich persönlich mmos sind immer solo lastiger geworden na ellers kurz online new world bestes beispiel sorry ich muss halt einfach die immerhin blake deshalb ist ja auch in vieler hinsicht so final fantasy bin ich leider komplett raus habe ich nie angezogen wird wahrscheinlich aber auch sehr solo lastig sein ja die leute wollen immer mehr alleine spielen spielen aber in mmo rbg na ich finde zum beispiel in der abhängigkeit schön in mmos erstens weil es das mmo einfach langsamer macht das heißt ich kann nicht einfach durch ballern ja so wie die meisten heutzutage die ballern ja ganz durch und versuchen dann das nächste game zu zocken es ist so die frage also würde ich gerne mal von euch wissen wie findet ihr die abhängigkeit seid ihr mehr so die solo spieler oder sagte so ich meine klar es wird immer was geben also dann schon so musst du immer zusammenlaufen aber ich nehme jetzt mal new world ashes her weil allein das handwerk bist du ja auch auf andere angewiesen na das ist ja nicht so dass du im handwerk alles selber machen kannst ja ein es ist scheißegal da kann sie ganze zeit zeug wieder verwerten und dann bist du oben na also du brauchst keine anderen aber hier in es ist ständig als schmied die klinge her und braucht vor dem schreiner oder so den griff man braucht hier zum beispiel zwölf personen für das handwerk um alle zum beispiel genau um alles abzudecken ja allein das handwerk ist ja ist groß für die abhängigkeit also du musst viel machen um ja also du kannst dich viel allein machen auch content mäßig ja ist nicht so ich meine die haben so gemacht dass du wirklich von a nach b oder ihr könnt zusammen sparen ja oder beziehungsweise das mentoren programm und so weiter ihr müsst euch gegenseitig unterstützen auch draußen in der welt wird es auch nicht so leicht sein auch die level phase wird sehr langsam sein also es ist nicht so dass du am ersten da auch oder vielleicht werden es welche schaffen ich weiß es nicht ich kann es mir vorstellen gleich voll level sein wirst na also world bosse glas und zeug ist immer aber mir fehlt die ganze abhängigkeit die leute spielen immer mehr so und dann kommt in die älter schools auch noch gefährde dazu ja dass du wenn du ein spiel allein spielst noch npc dazu kriegst schossu du hast es geschafft ist aber schön ein wunderschönen guten abend ich vermute fast einer der grünen ist es nicht zu spielen also grüne ich weiß nicht ob die grünen älter spielen ich war fragen aber nicht ökologisch genug ich zu spielen wird für viele sein dass man nicht alles solo machen kann um der beste zu werden das wird denke ich auch einige leute abschrecken ich war für meinen teil finde es jedoch sehr gut dass wir hilfe von anderen braucht einerseits denke ich dass man dadurch schnell in der gilde sein was er auch ja es wird mal wieder es wir brauchen die gilde ja und zwar nicht so wie in anderen mmos wo du in fünf gilten rein kannst das habe ich auch nie gemocht warum kann man in fünf gilten rein na eine gilde und für die stehst du fertig aus ja du stehst für diese gilde und du wirst und dafür dafür ist doch community da ich finde das wichtigste sind wir mal ganz ehrlich ihr habt ein spiel gespielt ich spiele gerne auch mal alte mmos aber nur weil ich meine leute so cool findet ja die sagen hey oder ja jetzt gerade ist ein bisschen flaut aber wenn sie sagen so wir finden zehn leute für herr der ringer online oder für gilt was eins oder so und sage ich ja dann lasst es doch spielen ja scheiß doch drauf auf die grafik oder sonst irgendwas ist es ist ja ich gerade nur mist auf dem markt ist ja nichts geiles also klar es gibt ja new world ist jetzt nicht kacke oder so da aber das was jetzt kommt ich gehe jetzt einfach von dem was auskommt ja aber da kann man da kann man die community ist für mich das wichtigste und es ist auf creation macht es einfach wieder wichtig dass die community zusammenhalten muss und dass du angewiesen bist auf die leute hatten doch andere spieler auch am anfang hast du nichts alleine machen können spieler haben gewann und dann wurde sie wieder angepasst ja ja ist auch so eine angst wo ich jetzt habe im thema alpha 2 dass wir das testen können dass es das viel gejammert wird oder so ich weiß nicht also spiele werden immer einfacher da ist immer so ding so ok hab's gerade gelesen dann schreibe ich dir später zurück ok nach dem stream open pvp aber schon durch bist du leider zu spät aber schon drüber geredet die themen heute waren der dungeon browser also diese features brauchen wir nicht dungeon browser gebundene erfolge pay to win rassen fähigkeiten tägliche belohnungen täglich weil ich bin unterfangen da gibt es kein tü da gibt es nö augen pvp allianzen grinden und jetzt eben die abhängigkeit ja also ja was 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 soll ich dazu sagen aber wie steam sagt das spiel genau das spiel ist nicht für jeden was aber das ist immer so das ist in jedem game so es gibt leute geben die werden spiel und welche nicht aber die die leute sind noch gar nicht so richtig aufmerksam gewonnen auf ashes of creation ja weil sie sich sagen ja bis dahin ist es ist so lange hin viele sind gehypt ja viele sachen sich weiß ich bin abgeschreckt mit everquest next muss ich ehrlich sagen bin ich bin ich abgeschreckt weil damals ich habe ich war mega halt auf everquest next und dann wurde es gecancelt ja das ist das ist auch so ein ding das hoffe ich sehr ja also wie gesagt habt ihr noch gründe aber habt ihr noch irgendwas was sie sagt dieses feature brauchen wir nicht in ashes tab targeting wo es ist action kommt ja das das kampfsystem ist auch noch so eine sache wo ich wann darauf bin wie es dann im endgame ausschauen wird viele bekannte spiele wurden früher oder später casual freundlich ja ja da das ist das was marco auch gesagt hat das ist das problem ist viele fangen dann das jammern an und ich sage ich sage mal so story ist okay story lasse ich noch eingehen wenn du story spielen willst solo lasse ich noch eingehen ja ich bin dann kann dann habe ich konnten die nicht allein machen kann oder ich muss konnte einbauen die nicht allein machen kann ja aber nicht den haupt content allein machen ja also hört auf damit ja ich mag man kann ja so aränen wie bei die elder scrolls online einbauen dass man sagt okay es wird solo aränen geben die kann man ja mit einbauen aber hört auf irgendwelche dungeons oder open dungeons so zu machen dass du alleine durch rennen kannst hört auf das handwerk solo zu machen ja ist nicht so na ich bin doch auch kein 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 arzt kein mechaniker kein schreiner und ding auf einmal na ich kann zum beispiel auch nur keine ahnung ich kann einen schrank zusammenbauen ja aber ich kann doch keinen keine keine kathena legen oder so na also ich kann doch auch nicht alles tap-targeting kann skype anbieten marco das ashes of creation wird beides haben also action combat und tap-targeting eine kombination da hast du da bist du zufrieden und übrigens gibt es noch viele spiele die mögen tap-targeting und spielen das gern so na also deswegen hat es beides deswegen bin ich ja so gespannt wie es am schluss ausschauen wird na ich werde natürlich action combat spielen also du hast so eine mischung wenn du ein bisschen gilt was zwei wenn du das kennst so ich sehe gerade das ist ein baum aus schlappen und der herrl habe ich gesehen das letzte mal und jetzt grüß dich ja das ist halt auch noch so ein ding also gilt was zwei war ja auch ein bisschen so aktiv na also dass du aktiv ausweichen kannst und so aber ja was trotzdem dein ziel fest im griff gehabt ok leute habt ihr noch irgendwelche features habt ihr noch irgendwelche features wo man sagen kann ultra selten drops kacke nach und das selten drops ja da wisse stelle wisse kacke nach vorne Untertitelung des ZDF, 2020 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 beim ranger hat man auch gesehen dass man drei plus drei kombination möglichkeiten hast deinen schaden kampf zu rüsten ich meine die markt pfeile und das andere komme ich nicht offen was meinst du die markt pfeile und die die markt die pfeile und die es waren die selbst pass nach wie hießen die zeichen oder wann ist jetzt nicht die zeichen zeichen die munition und erwischt also die eigenen buffs dann die debuffs für die leute und eben die munition ja auch gemächt bett was 0 es zwingt auch wieder das zwingt wie tägliche ding du musst und das ist das ist so richtige bullshit wenn du wenn du die leute zwingst ja ich meine du zwingst die leute ja schon ein bisschen mit dem abo mit der abo gebühr ja weil du zahlst dafür dass du zockst aber die leute noch zu zwingen und ich bin halt leider so ein so ein spiele messi ich bin halt einmal ich ziehe nicht alles an aber ich muss es haben kennt ihr das kennt ihr dass ihr müsst es haben ich muss es jetzt haben ja das reittier schaut total scheiße aus aber ich muss es haben und so einer bin ich und wenn ich dann so zeug habe deswegen finde ich teilweise in world of forcraft gar nicht mehr rein das ist da ist so viel zeug einfach weg ja es ist weg furcht gibt es nicht mal ja und genau wie bei elterscodes online wie es vorhin gesagt habe tag 20 ja kommt das reittier und ich habe war leider nur 19 tage on weil es nicht anders da ging ist das reittier weg bescheuert ist das kann man die leute nicht anders da zwingen reinzukommen ich hoffe ja eh das endgame ist so ein selbstläufer wie ultimo online aber sich selbst was gesucht und es war meist dass wir den anderen ja was hast du denn im endgame du hast die dicken rates du hast erfolg system ja du hast dein roleplay du hast deine notes du hast ein pvp du hast ein open pvp du hast die arenen ja wenn du bock hast du maxi als schutzgilde und hilfst anderen dabei du beschützt karawanen ja du kannst karawanen du kannst rohstoffe machen also rohstoffe wenn du eine note hast liefern oder du gibst dich als schutz aus du magst dein handwerk der handwerk wird auch nicht easy allein ein großmeister zu werden und so weiter ja du brauchst deine eigene taverne du heiratest du keine ahnung oder fix einfach ein twink an es ist das schöne an ashes of creation wir haben eine 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 riesen auswahl allein im endgame ja ja ich muss mal hinterher man leute 30 muss langsam machen stimmt die quest soll man soweit ich war nicht brauchen haben wollen genau auf die cooldowns und sowas dass sie ball losen wird schwer ach die kriegen alles hin dann sollen die lieber so einen quest designer einführen mit dem spieler quest erstellen können ja wisst ihr doch damals was war das never winter never winter das ding wo man seine eigenen dungeons und so machen konnte ja sowas stimmt eigene quest soll man soweit ich weiß auch machen können in form aussehen weiß ich jetzt kann ich jetzt gerade nichts sagen ob man da eigene quest machen kann aber wäre natürlich cool das wäre auch so ein system dieses packs day oder wie das heißt das game das baute darauf an da gibt es keine questgeber oder so machen irgendwie die spiele es gibt es ja nur weil sie loot boxen beschwert hat was gleiche ja weg da whisky whisky grüß dich morgen cool das street show oft eine update wie das danke dafür ich danke dir dafür dass du hier bist ja ist halt so ich stream ja ich würde schon gern mehr stream aber ich bin mehr so der youtube ich setze ich selber gerne arbeit in meinen kunden aha na schaut immer gern vorbei ich versuche ich auch laufenden zu halten und aber alpha 2 werde ich natürlich durch spielen wie ein blöder versuchen aber wie gesagt schaut auch gerne beim phoenix boden wobei übrigens phoenix boden ihr seid mit die ersten wo sie fahren ist mit diesem monat ende des monats ist geplant wahrscheinlich ein erstes tor geben mit dem wunderschönen phoenix boden weil ich bin ja so ein mensch ich habe gern kontakte mit anderen das problem ist leider ja müssen gehen raus an meine lieben ja selter und so weiter die haben so ein bisschen die hoffnung also ein bisschen die gesetzen geraden konnte ein bisschen zurück die werden wahrscheinlich dann abgeben wie eine bombe wenn es dann losgeht ich habe gern kontakt mit anderen als wie gesagt phoenix bruder werden wir ein erstes doch kommen da werden wir die meinung von den phoenix boden anhören und die erfahrungen ja was sie schon alles haben und auf was sie sich freuen ich wünsche alles gute und feier schön dein geburtstag danke dass du da warst ja und die office ich werde dieses jahr noch 40 jungs und ich wäre dieses jahr noch 32 weniger hand mehr es ist ja ich ist wie man nicht machen bin ich schaue ich auch fleißig grüße gehen ja also wie gesagt dann geplant ist das 27 aber ich will es jetzt noch zu laut sagen geplant ist das 27 dass wir da an den es ist doch machen ich hoffe dass alles funktioniert und es wird sich lohnt vorbeizuschauen weil ich habe wieder richtig eklige themen rausgesucht crybrim grüß dich hi ja da übrigens crybrim ja ist auch mit wahrscheinlich auch dein content raushauen wenn ashes of creation dann in den stadtlöchern ist ja er war ja schon aktiver apokalypse und alpha 1 streamer ja also wie gesagt wenn das losgeht dann werden die 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 streamer kommen ja also wird mehr content auf jeden fall da sein ja gesundes neues noch ja stimmt wünsche ich euch allen auch ein gesundes neues noch wieder starr habt ihr frei ok wenn wir keine idee mehr haben dann würde ich das heute beenden mit dem ding bestenlisten wir haben noch ein thema bestenlisten werden da sein wir werden allein die bestenlisten ist so ein ding bestenlisten kommt darauf an wo man es macht na also new world zum beispiel hat jetzt glaube ich auch ein bestenlisten system für muter runs und so also mutations dungeon runs gilt nur zwei hat zum beispiel bestenlisten für pvp arena das wird es auch geben in ashes ja also allein für die arena ist es ja schon geplant aber gut dass du sagst also du sagst es ist ein feature das braucht man nicht kann ich dir aber jetzt schon sagen dass es drin sein wird safe ich hatte auch vor mich mal ops einzuarbeiten um ein wenig die alpha 2 stream ja du wenn wenn ihr irgendwelche fragen habt oder so keine ahnung unten ist man disco also ich kann euch gerne helfen richtung obs ein bisschen na falls ihr da mal ein bisschen durchstarten wollt das kein problem so sozial bin nicht was ich auch nicht haben will auch wenn es jetzt komisch klingen wird ein transmog system beziehungsweise bis zu einem gewissen das ist gut so das ist gut zwar becker auf unten das ist kein meckern auf hohem niveau das ist kein meckern auf hohem niveau das ist ein gutes thema dass das gut dass das nummer ein haus das geht mir auch so richtig auf die nüsse wenn du nicht erkennst ob das low level oder sonst irgendwas ist vielleicht in dem open pvp gar nicht mal so dumm ja weil dann bist du ein bisschen geschützter von diesen die wurde ich abfahren aber das system ist gut dass ich glaube ich habe sogar damals in der alpha irgendwo habe ich das schon mal geschrieben damals kommt meiner meinung abgeben das ist richtig gutes thema weil ich bin auch der meinung dass ein level 1 hier nicht mit der mega super rüstung um rennen sollte meine meiner also mir kann es wirklich so sein dass das dieses transmog system sich erst freischaltet wenn du den charakter auf level 50 hast und ich rede von einem hauptcharakter und wenn du ein twink anfängst dass du wirklich so biller und kacke ausschaut und so bleibt und erst ab full level kannst du alles nutzen das richtig geil ist richtig gut ja als bestlisten kommen so oder so ja also mich regt es auch mega vor allem ich finde es ja so cool weil der anfang von dem mmo ist immer das geilste einem mmo wenn du auf einmal das den ersten grünen gegenstand findest ja wenn du auf einmal den ersten helm findest ja weil wie war es damals in world of craft level 20 oder 25 gab es er schulterplatten und helme und du hast dich voll wie so ein kleines kind na ja also mega doch ist ein gutes ding ja ja du hast du hast lauter rüssig und wir haben ja schon gesehen wir haben ja das kupfer set und so weiter von ashes of gray also schon gesehen und das ist ein herstellbares hat und selbst das kupfer set das kupfer schaut schon gut aus also das schaut schon richtig dick aus zwar nicht übertrieben aber schaut gut aus und es wieder ein anfangs level zeug sein ja aber sind es künstler nicht überflüssig wenn man sie was wenn man sich was nicht überflüssig die man sich kaufen konnte ja was heißt überflüssig halt fürs endgame dann na du wirst ja eh nicht ein charakter machen wie es mal mit erschütter leben vorbei dann brauchst du ein anderes mmo doch echt super ding wie gesagt meiner meinung nach ab level 50 schaltet sich das transmog system frei und dann kannst du dich rum transporten wieder willst fertig aus man muss sehen dass du low level bist ich mag ganz möglich wie magst du allgemein transport nicht wenn sie haben den gewissen erst aus übersehen los geht ja naja aber das ist schon besser so doch er transport ist schon gut also wenn man dann oft sachen freischaltet aber ich finde es müsste dann wieder ein account übergreifendes transmog sein also nicht irgendwie ich habe ich habe die rüstung die ich finde oder so nur für den einen charakter ich will allgemein dass am liebsten wenn wir wirklich das ashes of creation so account übergreifen wie gilt was 2 wird das alles übergreifend ist ja ich meine auch die drohen also man kann sich ja drohen ins haus reinstellen und so weiter da gibt es ja auch gewisse drohen da gibt es verschiedene drohen da gibt es ja die drohe die ist charakterübergreifend die drohe ist nur persönlich blablabla und so weiter na auch mit den banken sie habe ich schon mal sage ich du sollst nehmen wir keine andere das ist dass das elfte gebot ist das ist das 15 gebot lassen wir so du sollst neben mir keine anderen mmos haben ja danach ist er um gezeigt mir fällt mir muss ich bin der soll jetzt sichtbar sein die welchen level man ist aber das muss unabhängig ja aber das haben die meisten mmos oder also was sie wollte vorgift bestes beispiel am anfang läuft herum bis der letzte lappen ja hast du so ein fetzen an und dann kommen die ersten schulterplatten dazu da weißt du der typ ist 20 25 oder helm oder so ja transmog finde ich auch gut weil du findest zum beispiel aber wie gesagt accountübergreifend wenn ich jetzt mit meinem krieger um rennt und finden richtig geile schwarze robe und denken mir als krieger schade schatze scheiße aus aber mein trink sollte noch ein beschwörer werden oder so dann soll das schon accountübergreifend also so wirklich eine bibliothek wo man sagen kann das speichert sich das ein hat in das kurz online wieder ganz gut gemacht und die machen es ja z z mäßig auch ja dass man sagen kann das speichert sich ein und fertig dann ist es drin gut fällt euch noch was einmal lieb wenn ich eher hier habe ich deinen namen schön doch ist nicht bezogen jura war der ist auch mit dabei und mit seinen ideen super auktionshaus versus handels kann ist es wirklich noch diese features brauchen wir nicht oder diskutieren wir jetzt noch über andere sachen was meinst du auktionshaus versus handels kann wie meinst du das also allein das karawanensystem es ist system genau ist noch bombe da sowas drin ist na also für pvp la sowieso endgame muy bienno also karawanen ist allein ich meine wir reden jetzt gerade nicht nur über diese features brauchen wir nicht aber sind wir mal ganz ehrlich der karawanen stream im lass mich lügen august oder so war ja mega diese karawane wie die ausgeschaut hat und ich meine da war ja nicht mal ein skin drauf das war ja die war ja ausgebaut ja mit diesen stacheln an seiten und so dieser unterschied zwischen dieser billow karawane und diese ausgebauten karawane ja ja mega 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 wie findet ihr eigentlich jetzt wo man gerade passiert schon schön zusammen hocken ja wie findet ihr eigentlich die material taschen also dass die dass du nicht dieses wo sich läuft also dass du ein so ein kleines kästchen hast wo dann irgendwie 50 holz sich drauf stecken sondern wirklich so formen hast in den material taschen selber handel auf der straße wirst du auch hast ja den direkten handel auch und vor allem in den städten in den städten ist es ja so dass es ja auch kioske und so weiter gibt die außen also kann ich auch es hat ein bisschen so diablo vibes finde ich ist es dann nicht auch ein bisschen so der platz darf nicht begrenzt werden ja ja gut es deckt sich ja auch na also so ist es nicht komplett davon was für das schon später kommen natürlich kommt dann wieder die ganzen taschenhändler ja oder taschenhandwerker kommt dann zusammen und sagen die tasche kannst du kaufen die wir dann da passt alles sein und damals macht man richtig sind finde ich sehr gut mit dem materialischen material taschen dass man sich vor überlegen muss beziehungsweise so genau für die auch ganz gut so meine damen und herren wir haben jetzt eine halbe stunden mensch ihr seid ja voll mit dabei ja du kannst aber nur die taschen tragen oder im beruf dazu passt genau ja also finde ich auch ganz gut und ich sage immer noch danke ich bin wirklich kein grafter da können mich jetzt steinigen ja ich bin wirklich kein grafter vielleicht liegt auch daran dass die meisten mmos einfach ein schweiß handwerkssystem haben ja dafür habe ich ja mein siki schöne grüße an dich ja der unser super mega hand handwerker ja sollte sich jeder warm halten auf jeden fall in der gilde bisschen einschmeicheln bei ihm bin ja froh dass es ich muss sagen ich bin froh dass ashes of creation sich wirklich wirklich und die haben es uns auch schon gezeigt sich in vielen features ja diese vorstellen wirklich gedanken machen das heißt es gilt ein system das mega ausgebaut ist ja dass das wirtschaftssystem die wirtschaft wird riesengroß sein ja in den allein wegen der wirtschaftsnot wirtschaftsnotaktionshäuser wegen den läden wegen den tavernen wegen den kiosken wegen direkten handeln karawanen und so weiter lauter so zeug ja was es ist einfach so richtig macht also sorry und er könnte mich hinstellen kann sache da gerne halb das game nee ja ja aber einfach nur weil ich gesättigt bin von diesen halbfertigen mmos ja ich werde auch versinken in dem game ja und allein wie gesagt das handwerkssystem dass wir gegenseitig ja da kannst du dich zusammen mit einer gildung kann sagen hey pass auf wir haben jetzt fünf schmiede leute kann man bitte jemand alchemie oder so machen ja wir sind wir sind endlich ein mmo hat endlich mal wieder gecheckt das was ein mmo ist wir sind abhängig voneinander wir müssen abhängig voneinander sein wer solo spielen will der kann dann älter skolz oder sonst was spielen da kannst du solo mmo spielen oder ekin night god of war oder sonstwas ja aber ashes of creation ja wird ein mmo sein das endlich mal wieder abhängig macht und einander ja schon angst dass das game meine ehe gefördert werde ich die idee meiner frau zu weihnachten auch eine alpha 2 ich habe mich weg geil er kann es froh sein dass du zockt ja sonst er wieder errettet aber safe oder oder noch mehr verhasst weil noch mal 250 euro flöten gange sind also tiere sind vorbestimmt war ich schicke nachher und die vorkasse natürlich also ich hätte gern bär ich liebe bären perfekt gerettet bester muss ich auch noch bis wann geht's bis wann geht's was okay leute ich würde sagen wir sind durch mit unseren themen also hier gar nicht gedacht dass heute so viele leute kommen video mäßig muss ich dem monat gucken na ich habe mal wieder bock ein bisschen in die nature rauszugehen machen eben weil noch ein bisschen so weit oder außerdem gibt es bei gerne gaming fast jedes thema na also was soll ich denn jetzt noch mal auf tun klar die stream zusammenfassung ich glaube ich lass mich lügen was hat er gesagt was kriegt man im januar ach ja im januar kommt noch mal das karavansystem glaube ich aber mit pvp na genau ja alpha 2 über mein link na 17 der erste bis zum 17 erst und ist ja bald rum aus schuldigung alpha 2 und ich sehe gerade wir haben ja schon sechsten stimmt bis zum 17 11 ersten um 11 uhr alles rum genau karavane und not dann kriege ich mir das ja noch den kämpfer auf jeden fall zu sehen den schurken ich bin schurken spieler ich bin sehr scharf drauf ja und das letzte diskutiere also diese kategorie welche jetzt mal versuchen vielleicht einmal im monat zu machen wie gesagt am 27 ist noch mal erstes talk mit dem phoenix buch alle zeug fest nicht zu 100 prozent fest in meiner in meinen community viel kommt auf jeden fall rein und auf die facebook gruppe 27 damit dem phoenix boten habe ich richtig bock drauf ich freue mich auf die den kanal wächst jetzt auch super also auch richtig sympathisch sympathische und ja genau wie gesagt holt ja wenn ihr alpha 2 holt würde gerne unterstützen unten im ding unter meinen videos ist der link oder hier drunter wenn ihr gerne mal diskutieren wollt könnt ihr auch gerne auf den discord kommen ansonsten ja denkt schon gehört meine traumkombi mal testen oder bewegliche tech meine lieben ich bin raus für heute vielen dank fürs zuschauen vielen dank für die abos vielen dank für die follows und vielen dank für das schöne gerede hat wie immer spaß gemacht ich wünsche euch alles gute bleibt gesund ja und schaut gerne beim phoenix bohnen vorbei und ja wir sehen uns beim nächsten mal ich wünsche euch alles gute von herzen und vielen dank dass sie immer treu bleibt bis zum nächsten mal zum nächsten jahr letzt diskutiert so es ist auf kriegt tschüss